Und dann Democlese progt und ich dadurch sterbe. Was passiert hier? Ich krieg nichts hin gerade. Meine ganzen Leben sind weg. Wo sind meine ganzen Leben hin? Was passiert hier? Nein, nein, nein! Da ist ein Item für 16 Cent gespawnt. Wer seid ihr? Warum spawnt ihr jetzt? Ich verstehe den Run schon wieder nicht. Ich habe Schaden genommen. Mein Item ist weg! Was? Was? Ja, okay, mein Game wird crashen. Ich, äh, äh, ähm. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt... Gehenna. Das ist von der Musik her. One Protector Omp-Bud. Das ist ein Spacebar-Item. Es hat ein Succubus scheinbar gespawnt, glaube ich. Und ich kann aus irgendwelchen Gründen fliegen. Ja, es spawnt ein Succubus. Oh, ich habe pro Raum einen Succubus direkt immer. Oh. Diese Range, in der, äh, Succubus, äh, die Succubus um sich rum hat, müsste ja auch Damage machen, na? Die müsste mir nicht nur ein Damage abgeben, sondern auch selber Damage machen, glaube ich. Zwei, drei. Ja, tut sie. Nicht so viel. Boom, noch ein Succubus. Wow! Was, wenn ich in beiden Succubus drinstehe? Nichts. Geil. Wufel. Ist ein Speed-Up. Fantastisch. Soll ich mich so ein bisschen in dieser Aura mitbewege? Sollte ja eigentlich alles in Ordnung sein. Warum ist da eine Pille? Telepils. Alles klar. Da ist nochmal Telepils. Imagine, wir kommen in den Arrow-Room. Das würde zu dieser Challenge sehr gut passen. Viel Protek. Okay. Okay, da ist ein Demon-Baby aufgetaucht. Niemand weiß, warum. Tears up. Das Demon-Baby ist wieder weg. Fantastisch. Hi, Littlehorn, na? Vielleicht, wenn ich genug Gegner in einem Raum töte, kriege ich ein Demon-Baby oder so? Ah ne, wahrscheinlich, wenn ich genug Tiers schieße, oder? Weiß nicht, auf jeden Fall habe ich jetzt das Demon-Baby. Noch ein Succubus. Los. Attacke. Off-Death. Luck-Up. Äh, ich weiß nicht, ob es in dieser Challenge so eine gute Idee ist, auf Devils zu gehen. Uh, die Mines. Beziehungsweise vom Boden her, Blue Wump. Von den Wänden her, äh, TheBindingOfIsaac.exe. War ich EXE gesagt? Das heißt Echse. Ich habe noch nie in meinem Leben das EXE ausgesprochen. Ich bin, ich bin verloren, Leute. Ich bin einfach verloren. Ist auch schon viel zu spät. Ich habe mich um 22.30 Uhr hingesetzt und habe gedacht, joa, machen wir einfach mal die Deletes-Challenge. Weil eigentlich wollte ich heute mit euch eine Mod spielen. Und zwar der Spin-Up da ist. Ne, der kommt dann auch nächste Woche wahrscheinlich dann. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich da einen Run gemacht. Und da ist nichts sonderlich Spannendes passiert. Weil ich möchte euch ja auch, wenn ich so eine Mod vorstelle, möchte ich ja nicht einfach sagen, joa, das macht das Item, tschüss. Sondern ich möchte euch auch noch einen coolen Run bieten. Und da ist irgendwie nicht so viel passiert. Mycoast is Boreshot Sprinkles. Hat nichts gemacht. Ähm, Halepil. Halepil. 55 Münzen. Nicht schlecht, ich gehe. Okay, ich bin im Cellar. Warum ist der Boden jetzt auf einmal Cellar geworden? Digga, welche Memo habe ich denn jetzt schon wieder nicht gekriegt? Bin ich im Cellar nicht mit den Catacombs? Welche Memo habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? Das ist der gelbe Gurdie. Der ist relativ langsam. Das war der langsame Gurdie. Das ist der langsame Gurdie. Genau. Und trotzdem werde ich es schaffen, mich von ihm treffen zu lassen. Digga, ich bin durch die Bombe durchgelaufen. Ich wollte es ja eigentlich zu ihm hin schmeißen, Digga. Ich sage, es ist der langsame Gurdie. Und lass mich fast von ihm treffen. Alter, ist das schlecht. Noch ein Succubus. Hier, friss. Das Succubus. So. Ah doch, die stacken doch, wenn ich in beiden drin stehe. Lick Prism. Little. Das hat nichts gemacht. Super. Ich schieße Are You The Wizard. Ich habe alle meine Leben gefühlt verloren. Hier sind 80 Millionen Batterien. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich dachte, vielleicht kann ich beide wegsprengen. An der 90% Deal-Chance. Ja, das muss doch jetzt was werden. Können wir jetzt bitte? Lappels. Woo! Klasse. Oh mein Gott. Kann fliegen. Ciao. Aus irgendwelchen Gründen. Bombino. Hi. Hi. Schockmass. It what? Es hat mir, glaube ich, Münzen gebracht oder so. Bombs. Blast plus HP ab. Hat schon wieder gar nichts. Gemocht! In irgendeinem Grund ist er die fetteste. Oh mein Gott. Ich schieße manchmal Nukes. Ich bin Amerika in Isaac. Gott, das war ein kontroverser Joke. Das ist vielleicht ein bisschen... Ah ja. Ah, Sack you boom! Oh mein Gott! Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ja, Digga! Royd, Fate, Chosen. Fate protects me. Boom. Äh, ich hab ein... Orbital Waluigi bekommen. Okay. Ich mein, warum auch nicht? Ich mein, es ist Orbital Waluigi. Ich bitte euch. Ich schieße scheinbar die Nukes immer nach rechts. Und ich schieße auch manchmal gar keine Nukes mehr. Das ist gut. Na klar. Äh, da ist eine Forget-Me-Now. Obwohl es keine Forget-Me-Now ist. Das ist eher eine... Ah, ich bin gleich tot now. Ah, mein altes Reroad auch scheinbar übrigens. Ich nehm das jetzt einfach mal mit. Alles klar. 28 Little. Oh nein. Und das ist nicht Gappi's Paw. Es ist ein Tears... Und da! Tears und ein Damage ab. Ich schieße auf einmal eine Nuke aus dem Nichts. Ja, guck dir die Scheiße an. Hallo! Also ich weiß nicht, wie ich das mit diesen Scheiß-Nukes schaffen soll. Ich mein, die Nukes können Isaac oder Blue Baby wegbomben. Ja. Aber ich brauch halt Explosionsschutz. Weil sonst sterb ich doch auch an der Scheiße. Hallo. Geht hier ab? Passieren auf jeden Fall Dinge. Alles klar. Ah, zack. Hier. Die Pille ist verschwunden. Ich muss mich einfach nur von den Wänden rechts fernhalten. Dann sollte es doch super gut werden, alles. Äh. Ersing Shots. U- Jui- Uiti- Uti- Uti- Utiplam. Sprachen lernen, Bubble. Ist ein Tears-Stout, aber ein massives Damage ab. Mahlzeit. Ich werde da diesen Scheiß-Nukes krepieren. Ich kann nichts tun. Die sind sogar Homing, oder? Die sind Homing. Wenn ich jetzt nicht diese dummen, verkrackten Nukes schießen würde, dann wäre das sogar ganz akzeptabel, alles. Na, wenn ich mich auf der linken Seite der Map befinde, dann sollte das doch alles relativ in Ordnung werden, oder? Wenn ich mich jetzt hier links hinstelle. Pfff. Okay. Ist in Ordnung gelaufen, würde ich sagen. Der Polaroid. Oh. Der Bossversch lohnt sich halt immer noch nicht. Was ist diese Pille hier? Lockdown. Fantastisch. Neu, neu, neu. Oh, 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 oh. Da war's. Zurück im Spiel. Oh. Alles klar, manche Gegner despawnen auch einfach die. Okay. Ich meine, warum nicht? Ist wahrscheinlich wegen meinem kleinen Buddy da, oder wegen einer der 80 Millionen Items, die wir da eingesammelt haben. Ja, in so großen Räumen sind die Nukes gar nicht so schlimm. Ich kriege ja von dem kaum was mit. Elders. Ah. Aber. Okay. In kleinen Räumen ist das halt so eine Problematik. Ja, wie jetzt zum Beispiel. Ja, super. Geile Nummer. Guck mal. Junge. Rollspace. Ja, hier ist. Was ist das? Shots. Einfach nur Shots. Ja, Leben. Ich brauche Leben. Ja, alles klar. Ja, hier frisst Nuke. Frisst Nuke. Boom. Oh nein, ich sterbe. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, was ist da passiert? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Weiß es doch auch nicht. Okay. Mr. Fred. Ich müsste es hinkriegen, diesen Kampf zu schaffen, ohne mich selber wegzunuken. Es müsste eigentlich hinhauen. Es hat hingehauen. What's all this? Yours break you. Geil. Aha. Ich wollte gerade fragen, existieren keine Gegner mehr, aber doch. Aber viele wurden einfach deleted scheinbar. Interessant. Hallo, schwarzes Herz. Der Run wirkt halt nicht so, als würde er Blue Baby besiegen. Oh Gott. Nuke. Ja, Jungs. Ja, los, Knochen. Boom. Angel, die Jumper Cables. Es ist weg. Aus Gründen vermutlich. Wir kommen in der Kathedrale. Oh, ich meine der Chest scheinbar. Was ist dieses Room Layout, Digga, was? Oh mein Gott. Nein, Nuke. Bitte Full Health. Was? Ich habe die Full Health gecallt, Jungs. Jetzt wird rasiert. Boom. Weggenuket. Boom. Selber weggenuket. Um die Gegner zu verwirren. Zack. Ich habe nicht mal gesehen, was passiert ist. Raum einfach gecleared. Boom. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh Gott. Ah, 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 Telepils. Ja, ja, deine Oma. Ich muss mit Nukes. Oh mein Gott, die Nukes. Oh mein Gott, die Nukes. Ich habe einen sehr eingeschränkten Bewegungsradius hier hinten, wollte ich nur mal angemerkt haben. Nuke. Warum ist da ein Gegner gespawnt? Leute, komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay, Korps. Fantastisch. Äh, wir haben Unpack. Schlüssel. Okay. Straw Mobi. Okay. Le Protection. Und irgendwas. Hat er doch wieder gar nichts gemacht. Das hatte ich aber schon davor. Okay, Homing ist weg. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hier ist ein Radiergummi geflogen. Ah, lol. Es fliegt manchmal ein Radiergummi. Deswegen waren so oft Gegner einfach weg, weil da manchmal einfach random erst ein Radiergummi fliegt. Ah, lol. Inverticon Ball End. Ball End. Warum mache ich jetzt elf Damage und seh... Warum? Naja, gut. Ich habe ein Helf ab. Äh, Helf ab. Damage abbekommen. Das ist doch in Ordnung. Weg mit einem Radierer. Attacke! Oh, oh. Fantastisch. Haben wir hier noch schönes? Bestes Item jetzt. Pass auf. Sangui Infestation F. Wo? Wo, 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 wo. Warte, kann ich damit da rein? Ja. So richtig unverdient. So richtig unverdient mit diesem scheiß Brimstone. Wie lange hält denn der? Richtig unverdient. GG. Temperance. Reverse Temperance. Eine der unnötigsten Karten in diesem Spiel. GG, guys.